Die Entscheidung, die fiel dann für euch beide im fünften Durchgang dieses Wettbewerbs, den schauen wir uns jetzt an und reden ein bisschen drüber. Alles oder nichts gegangen, Anlauf verlängert, er war ein bisschen nervös und wollte hier einfach dann draufhauen, was dann auch geglückt ist. Und der Speer war voll getroffen und ist dann eben auf über 90 Meter geflogen, das erkennt man ja. Man hat ja ein Gefühl, wenn man den Speer trifft, wenn man mit den Werfern sagt, ja. Und da habe ich auch schon gewusst, dass er auf jeden Fall weiter war, wie den vorhergehenden von Janis Luz ist. Man sieht es ja nochmal in der Zeitlupe, der war ja wahnsinnig kräftig abgeschlagen. Und der Speer hat eine absolut ideale Flugbahn und dass man dann gleich als Werfer erkennt, dass der über 90 Meter ist und was dann die Tafel auch bestätigte hier mit 90, 48. Ja, aber dann kam das Nervenspiel, denn nach dir nochmal Janis Luz ist. Zunächst einmal wollte ich das Thema gar nicht so im Kopf behalten, dass ich jetzt so führe. Ja, und denn ich wusste ja eben, der Janis war ein unheimlicher Fighter, der hat dann in den Wettkämpfen vorweg immer jeden auch noch in seinem letzten Versuch geschlagen. Hier ist er aufgetrunken von der Bank, wo er gesessen ist, hat einen Apfel weggeworfen, war echt nervös und hat eine unheimliche Wucht nochmal in den Wurf gelegt und hat dabei einen Fehler begangen, den man sogar hier sieht hier. Das heißt, das linke Stemmbein hat er zu schnell weggezogen. Das waren es vielleicht 2,2 Meter weniger, aber 2,2 Meter auf die Distance ist halt an für sich gar nichts. Aber jetzt kommt gleich der Moment, nachdem wir dieses Wegknicken da nochmal sehen. Jetzt zieht er zu schnell das linke Bein weg. Die Stemmphase wurde also ein bisschen früher beendet, wobei ich immer hinterher mit ihm analysierte, anhand von Aufnahmen, dass er so viel Kraft hier vom Wurf eingegeben hat und da haben wir es hier, 1946. 90-46 natürlich und jetzt muss gleich der Klaus Wolfermann kommen. Ja, da war es klar, weil die Werfer, die dann anschließend noch gekommen sind, die waren an einem Tag nicht in der Verfassung. Und das war übrigens der Moment hier, wo ich dann zu Jannis hingegangen bin und habe gesagt, entschuldige, dass ich überhaupt gewonnen habe. Das war für mich auch so eine Respektsperson, ja, da war wirklich noch Zucht in Ordnung in Stand.